Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Langwirtschafts-Templator 2017 mit Maxi, hallo! Guten Tag! Ich bin immer noch auf dem Weg zur Sägemühle mit meinem Gefährt, was ich dabei habe. Ich bin überrascht, was das Gefährt ist. Und dann machen wir ein bisschen Forstwirtschaft weiter, solange es die angesehen hat. Du weißt, was ich meine. Bis es fertig ist mit Ansehen. Genau. Und dann sprühen wir vor und dann ernten wir es wieder. So, ich stehe es. Oh, das scheiß Ding kann ich siegen. Siegen. Nicht, gehen wir mal in den richtigen Wald. Der jetzt vielleicht nicht so nah dran ist, aber... Aber wo ist denn überhaupt Wald? Ich glaube, er fällt zwölfes Wald. Und... mh... Und 2, 2, 20. Ja, du paket zu schwer, ja. Super. Ich fälsch einfach mal zu dir. Ich denke gleich da. Ich bin da. Oh ne, nicht mit dem lang, oh, mit dem lang, mit dem lang, mit dem lang, da können wir es drauf machen, dann können wir einfach Spanngurte machen und dann, ja, hier ist ganz gut. Oh Gott. Ja, säg du mal, ich bringe es mal weg. Ja. Langsam fahren hast du gesagt, gell? Was? Langsam fahren hast du gesagt. Ja. Oh Leute. Ja, das geht immer so schwer sein. Na, Junge. So lange kann man auch nicht. Ich steige meine Geschwindigkeit langsam. Ah, rollt es doch auch nicht runter. Ich muss es da drauflegen. Ja, also gut. Sieht ein bisschen. Die Krüppel liegt dann aus, aber egal. Oh, 10.000 haben wir jetzt. Mensch, also es ist ganz okay. Also kann ich jetzt das Auto einfach irgendwo hinstehen lassen und... Ja, stellt er wieder zu uns. Also bei uns. Oh, sorry. Was, warum? Ich muss ja auch irgendwie nach Hause kommen. Ja, dann musst du eben bei uns hier eben wohin. Lass euch mal da stehen. Ich glaube gerade auf den Strohs einfach. Bring es mal weg. Achso, ich muss doch festmachen, gell? Nein, warum bringt er noch nicht weg? So ist ich doch gar nicht. Komm, wie leer das ist. Da kann ich jetzt richtig vollbauen. Richtig vollhauen. Komm, fällt noch ein paar Bäume. Nö, guck mal. Ja, ich kann wieder los, wo wir los machen. Ja, mach es wieder los. Ich mach gut. Nein, komm, jetzt fällst du ein paar Bäume. Ich kann keine Bäume fällen. Ja, dann enttäuscht das hier und legst du noch drauf. Machst du dich. Nein, Junge. Ich hab auch ein bisschen was machen. Geil. Komm jetzt, Waxi. Du musst sie wegmachen, sonst kriegst du nichts anderes mehr drauf. Ich schneide sie dir sogar. Du darfst sie nur noch drauflegen. Ja. Danke, Schatz. Oh, ich hab ein bisschen schwer. Ist zu schwer? Oder geht? Geht. Ist ja ein richtiges Mannsweib. Danke. Ich bin hier raus. Ja, irgendwie eigentlich. Ruhst du mal dran denken, ich bin dein Mannsweib. Ja. Wir hätten... Gibt's nicht ein extra Holz... Alter, das ist... Ja, es gibt ein extra Holzanhänger, aber der kostet... dann wieder was. Aber das ist ja unnötig. Brauchen wir erstmal nicht. Oh Gott, ich kann nicht stemmen. Guck mal. Was? Na, guck. Richtiges Mannsweib. Ja, okay, dann legst du drauf auf den Anhänger. Brommen hier, ich meine. Alter! Alter! Ah, ich mach mal schon einen Helfer. Aufs nächste Feld. Ich muss mich mit sehen jetzt. Ja, so. Aufs nächste Feld. Nein! Was ist? Holz auf der Straße. Na, was machst du? Ja, das ist ein langes Stückchen. Ja. Gut. Ah. Äh! Er hat mir was... Äh! gemacht. Er hat irgendwas gefriert. Nein! Leg doch, es ist einfach da drauf. Ja, chill doch. Chill! Ich krieg's da nicht weg. Äh! Ah, da wollte ich das hinlegen! Schmack! Junge! Juhu, ich hab's ja! Du hast voll scheiße. Ah! Komm, bitte. Soll ich jetzt festmachen? Nein! Komm, bitte. Mach ich fest, mach, dass das... Ah, guck mal, dass der mir das festgemacht hat. Ja, ja. Was machst du jetzt? Mach ich jetzt fest? Ja! Ja, da... Ich... Kann schon mal Bäume fällen, beziehungsweise fahren wir irgendwo anders stehen, wo mehr Wald ist, okay? Das... Klappt dir dein Auto? In den Wald würde ich sagen, oder? Ja. Und muss die so noch abmachen. Er verkauft gar nicht. Man muss es auch noch irgendwie abladen, nicht hier oder was? Ohlo. Er hat gerade geklingelt. Ja, ich weiß, ich muss auch in den Abladen. Okay. Ja, genau. So, wir fahren mal zu... Da oben bei Feld 12, siehst du das? Ja, ich bin eh langsamer. Ja, wir fahren. Voll, ja. Ohloi, aber fahr bitte auch richtig. Ja, ich muss ein bisschen ausrollen. Ein bisschen Forstwirtschaft ist ja auch was cooles. Und ich kann schon bergab du. Ui. Kannst du, du kannst der Thermomat auf 43 Stellen. Was hier, sprich aber langsam, du. Was hier? Okay. Alter, ich kann besti... Es soll gehen, der hat ja nicht gefallen. Ja, warum wohl? Ich könnte bestimmt dein Auto auch da hinten drauf machen. Das wäre bestimmt cool, wenn du es runter machen kannst. Nein, mit einer Gabel vom Frontlader. Uh, als ob. Ja, es geht. Es geht safe. Dann kann ich dich anketten, dann kannst du wieder wegfahren. Sich anmachen? Anketten. Mach mich doch mal an. Ja. I like your boobs. Alles klar. Ich biege jetzt ab. Ich biege jetzt ab. Alter, bro. Du smooth. So richtig smooth abge... Alter, du fährst denn... Warte, guck mal, was lustig ist. Ach. Guck mal. Was denn? Hä? Hä, es ging noch. Vielleicht kann ich Sachen nicht mehr anfassen. Das ging mal, ich komm mit einem Schubkarren fahren. Ging auch nicht mehr. Weiß. Und hier, wo? Oh, warte doch. Alter, hier ist ein richtiger Wald. Ja, hier bleiben wir stehen. Nur ein Stück. Eeeh, oh. Ich park mal. Ich steck schon mal die ersten Bäume auf. Ich lege dann auf. Ich lege dann auf. Was? Der Baum fällt! Oh, lol. Hä? Kann rum? Geht so. Ja, wir... Wir verarschen! Das Baum fällt nicht. Ich habe mal kurz eine Frage. Bäume sind neu. Was? Wacken die Bäume sind neu. Nee, du musst die anpflanzen, wenn du willst. Pflanzt du die an? Mit einer Pflanzmaschine. Mit einer was? Einer Pflanzmaschine. Nee, warte mal. Schöne Stücke schneiden. Ich kann hier nichts schneiden. Nicht? Naja, mach du das bitte. Ich muss herangehen und dann so knien und dann... Ah, jetzt höre ich's. Knie, Knie! Knie doch nicht für dich. Da können wir jetzt richtig viel draufladen. Wir müssen richtig platzieren. Du schneidest ab und ich lieg's wieder drauf. Ja, ja. Was ich eigentlich mal machen kann, ist ein bisschen Radio anmachen. Beziehungsweise weiß ich gar nicht. Ja, also ich glaube, die Giants, also die von Giants sind, glaube ich, GEMA frei. So, musst du wissen. Nee, ich mach's nicht. Egal. Warum hat's nicht? Ich höre eh nur die Motorsäge. Ich höre keine Motorsäge. Alter, das ist aber dickes Ding. Alter, das ist dickes Ding weggerollt. Hab ich jetzt geschnitten, Digga. Müssten wir das eigentlich sägen? Ja, sonst können wir das nicht aufladen, gell? Ja, weil so stark sind wir dann auch nicht. So stark sind wir nicht. Wenn du redest, könnten wir das ja mit dem Frontlader aufbauen. Ja, mit einer Poltergabel. Hast recht. Könnten wir sogar noch kaufen. Was meinst du? Hey, das ist doch egal. Dann nehmen wir jetzt ja schon mal. Ja, wir müssen jetzt endlich extra was kaufen. Wir haben ja quasi die Zeit und so. Wolltest du mir jetzt nicht irgendwas hochstellen von der Zeit her oder so? Nee, ist noch nicht fertig. Ja, aber es ist doch schon alles gesät. Ja, aber diesmal ist er noch nicht fertig gesät. Ach so, stimmt. Es ist eine Feld noch, gell? Ja. Der macht, der ist ja gerade dran noch. Nein, nicht runterfallen. Ist es runtergefallen? Oh, Leute. Ah. Egal, ob sie sich ein bisschen rausguckt. Wurscht. Jetzt. Also bei mir. Hm? Bei mir läuft es jetzt einmal frei. Machst du mit dem Absägen? Nee, ja. Das auch, aber auch vom Spiel her mit dem Internet und so. Ah, Objekt zu schwer. Ah, das hast du gar nicht abgesägt. Nein. Ich bin schon noch gar nicht fertig. Ja, stimmt. Da hast du lange keinen Disconnect mehr gehabt. Hm? Da, da, da. Ah. Oh. Du kannst ja eigentlich in uns unendliche Stapeln, die Häuser. Eigentlich. Dann kannst du es trotzdem halt noch festmachen. Ja, Maxi. Hm. Äh, haben mir noch einen Baum gefällt? Ah, ja. Ah, ja. Nee, ich kann ja noch ein paar Bäume fällen. Deswegen, dass ich keine auch ein paar Bäume verändern noch. Das ist ja, wie ich jetzt aufgeladen habe. Das ist ja, wie ich jetzt aufgeladen habe. Da ist er am Bäume fällen, der. Erzähl mal mal ein bisschen was. Was soll ich erzählen, du? Ich bin gerade richtig konzentriert am Bäume fällen. Ah. Gefällt dir der Alice 17? Alles klar. Ja, erzähl mal. Heute Abend geht's ab. Ah, stimmt. Heute ist Samstag. Ja. Wer nicht weiß, was heute ist. Heute ist Samstag, der 29.10. Heute geht's ab. Heute sind nämlich die World's Final. Und es kommt im Fernsehen. Ja, ist das geil. Ja, ist das geil. Du hast gerade gehört wie Maxim. Ja, einfach. Kommst du jetzt mal hier hinterher mit dem Aufladen? Nein. Bin ich dir zu schnell? Ja, ich muss ja viel weiter laufen. Kannst du ruhig dann auch mal helfen. Nö. Du kannst die Rücken ein bisschen länger schneiden. Zumindest die dünnen Stämme. Du siehst ja, wie dick der Stamm ist. Kannst du ein bisschen länger schneiden, wenn der Stamm nicht so lang ist. Könnte sie mich nicht. Ja, ja. Ja, okay. Der Stamm ist jetzt relativ dick. Da kannst du sie nicht so breit schneiden. Ja, guck. Absolut. Hey, warum fängst du nur von da an? Ja, von ganz da hinten laufen, du. Na, ich darf nicht rechnen. Objekt ist zu schwer. Ja. Ist auch zu schwer. Der Stamm ist halt so ewig dick, deswegen. Oh, das gibt Geld, du. Mensch, 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 das gibt Geld. Ja. Objekt ist zu schwer. Wollen wir mal durchschneiden. Echt Geld. Ja, sind uns aufgeladen, ey. Einfach drauf. Hauptsache, gucken wir, dass nichts runterfällt. Darf ich nicht rennen. Wenn du rennst, dann geht's gut. Ja, ich renne ja nicht. Doch, du läufst doch richtig scheiße, Alter. Du läufst richtig bekloppt. Ja, guck mal, wie ich laufe. Von hinten. Das sieht richtig dumm aus. Das sieht richtig witzig aus. Wahrscheinlich würde man da noch mehr drauf bekommen, aber egal. Wie sieht's aus, wenn ich jetzt laufe? Auch scheiße. Ja, ich bück mich gerade. Äh, das sieht man nicht, wenn du dich bückst. Nichts? Ja. Guck, ich bück mich, oder? Guck, ich bück mich jetzt auch. Wow. Bück hoch. Und wenn ich renne, sieht's richtig geil aus. Ja, das sieht richtig geil aus. Oh, da ist noch... Hallo, da hast du dich richtig entastet? Schau mal. Jo, das hast du Stuck gemacht. Nee. Oh, lol. Maxi? Oh, halt wieder ein DC. Ja. Komm, hatten wir es vorhin davon, und dann ist es wieder soweit. Hey, es ist so gut. Ja, läuft so gut. Jetzt DC zieht's wieder. Ja, so. Aber eigentlich müsste er auf die Nacht quasi besser laufen. Oder? Oder? Ich weiß nicht. Wir machen noch einen Baum, den da vorne. Siehst du den? Den? Den da, den ersten da. Den da. Den da? Ja, den machen wir noch. Ja? Hast du auch noch Ast dran? Ja, den da. Ja. Ja. Baum fällt. Baum fällt. Noll. Noll. Das ist nicht der Runde gefallen, oder? Doch. Zähst du das auch? Ja. Steig mal auf. Das ist einfach ein Busch. Ich glaube, das war es mit den Bäumen. Okay, das ist dann. Wir laden hier noch auf, fertig. Und dann. Wieso, wo ist die alles vorsehen? Einfach ins Nichts gefallen. Der Baum fällt dir, der fällt nirgendwo hin. Der fällt einfach gerade runter. Ich glaube, dann war es das auch jetzt mit dem Vorsprung, oder? Nee, manche Bäume lecken einfach. Nein, ich meine, es war es dann jetzt auch, wenn wir es aufgeladen haben. Ja, wir fahren jetzt das nach oben. Und dann hat er es gesät, ja. Ungefähr, ja. Du musst mir helfen, du musst das doch ausladen, dann. Beziehungsweise, du kannst auch mit dem Pick-up dann einmal gegen den Anhänger fahren, da fällt alles runter und dann ist alles gekauft. Alles festmachen, bitte. Alter, ich krieg's nicht drauf. Du musst irgendwie festmachen, bitte. Alter, jetzt. Okay, dann bleibt es halt hier. Nein, lad's auf. Ja. Willst du fahren, oder soll ich fahren? Ja, tschuldig. Tschuldig doch mal, ich muss jetzt doch erst, ich habe noch eins aufladen. Ja, du musst aber erst wegmachen. Ja, also, jetzt ist es nicht safe. Ja, guck mal, wo das hängt. Und noch einmal hier festmachen, zack. Willst du fahren, oder soll ich fahren? Du, bitte. Ja. Tschuldig, die Hälfte Runde, warte. Nein, das ist doch jetzt fest, das kann ja nicht mehr runterfallen. Hab's doch fest mit, mit, mit Bändern, ja, festgegangen. Ja, wandliger aus. Und Abfahrt. Das war mal die, oh, Leute, wir sind ja schon, wir sind ja schon 21, wir sind ja schon 21 Minuten. Leute, wenn es euch gefallen hat, lass mir, wer da, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Machen wir jetzt noch.